Hans-Albert Edmund Sönker war ein deutscher Schauspieler. Leben Hans Sönker war der Sohn des gelernten Werftischlers und späteren Buchhändlers Adolf Edmund Sönker und dessen Ehefrau Maria Magdalene, Geb Stölting. Er hatte vier ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder. Er besuchte in Kiel die Mittelschule und die höhere Handelsschule, entwickelte aber schon früh eine Neigung zum Theater. Er nahm Schauspielunterricht bei Clemens Schubert und erhielt 1922 sein erstes Engagement am Theater Kiel. Seine erste größere Rolle war die des Hermann Kasime in Frank Wedekins Marquis von Keith. 1924 wechselte er nach Frankfurt und 1925 nach Danzig, wo er in musikalischen Lustspielen mitwirkte. Sönker nahm Unterricht in Gesang, um sich als Operetten-Tenor ausbilden zu lassen, was 1929 beinahe an einer Knotenbildung an den Stimmbändern scheiterte. Nach der erfolgreichen Heilung, die ihn allerdings mehrere Monate am Singen gehindert hatte, folgten Auftritte in Baden-Baden, Danzig, Chemnitz und Bremen. Schließlich wurde Sönker 1933 von Viktor Jansson für den Film Der Zarewitsch und damit für die Ufer entdeckt. Sönker spielte unter anderem in den Filmen Jede Frau hat ein Geheimnis, Der Mustergatte, Frau nach Maß, Ein Mann mit Grundsätzen, Der Engel mit dem Seitenspiel und Große Freiheit Nummer 7. Während der Zeit des Dritten Reiches verbarg Sönker in Kooperation mit anderen Filmleuten in seinem Wochenendhaus am Wünsdorfer See immer wieder Juden vor den Nationalsozialisten, wodurch er selbst mehrfach auf die schwarze Liste der Gestapo geriet. 2018 wurde ihm dafür posthum die Auszeichnung Gerechter unter den Völkern zuteil, die seine Großnichte, die Schauspielerin Anneke Kim-Sahnau, entgegennahm. Andersseits wirkte Sönker auch in einigen Propagandafilmen wie Blutsbrüderschaft mit. Der viel jüngere Hadi Krüger bekräftigte wiederholt, Sönker sei 1943, der wichtigste Mensch, in seinem Leben geworden, weil der den Mut besaß, einem Adolf-Hitler-Schüler zu sagen, dass sein Halbgott ein Verbrecher ist. Und dass der Krieg verloren ist. Krüger hatte in dem Nazi-Propagandafilm Junge Adler mitspielen dürfen, in der Halle nebenan in Potsdam-Babelsberg habe er Sönker und Hans Albers bei den Dreharbeiten zu Große Freiheit Nummer 7 gesehen. Sönker sei dann, ein bisschen, sein, Ersatzvater, geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Sönker zu den Schauspielern der ersten Stunde, die mit Boleslav Balog das Theaterleben in Berlin am Schlossparktheater wieder aufnahmen. Mit der erfolgreichen, später von ihm als einer seiner Lieblingsfilme bezeichneten Nachkriegsproduktion Film ohne Titel setzte Sönker an der Seite von Hildegard Kneff und Willi Fritsch 1948 auch seine Filmkarriere fort. Außerdem spielte er in Hallo Fräulein. Weiße Schatten, Die Stärkere, Hoheit lassen bitten, Worüber man spricht, Sherlock Holmes und Das Halsband des Todes sowie in weiteren Filmen. Anders als in der ersten Hälfte seiner Filmkarriere, als er stets den eleganten Charmeur gab, spielte er nach dem Krieg häufig Charaktere, in deren Gesicht die schicksalhaften Erfahrungen abzulesen waren. Ab den frühen 1960er Jahren trat Sönker in zahlreichen Fernsehproduktionen auf. Sehr erfolgreich waren die Serien der Forellenhof, in der der Schauspieler als Hotelbesitzer zu sehen war, und Salto Mortale, wo er als Zirkusdirektor auftrat. Mit der 13-teiligen Familienserie Meine Schwiegersöhne und ich hatte er großen Erfolg. Die Sendereihe Es muss nicht immer Schlager sein, die im ARD-Abendprogramm ausgestrahlt wurde, kam bei den Zuschauern sehr gut an und fand ein positives Presseecho. Sönker besetzte das Rollenfach des charmanten Grand Seniors und zählte zu den populärsten Fernsehstars der 1960er und 1970er Jahre. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler kam der charmante Plauderer Sönker als Konferencier und Moderator zum Einsatz. In seinen Filmen gab man Sönker zudem oft Gelegenheit zum Singen, und viele seiner in den Filmproduktionen vorgetragenen Lieder erschienen auf Schallplatte. Im Jahr 1968 wurde Sönker zum Staatsschauspieler ernannt. 1973 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz und 1977 mit dem Filmband in Gold für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Seine Memoiren veröffentlichte er 1974 unter dem Titel – und kein Tag zu viel. Sönker heiratete 1929 die Schauspielerin Charlotte Berlow und 1959 in zweiter Ehe Ingeborg Knochelücken. Hans Sönker starb 1981 im Alter von 77 Jahren in Berlin-Grunewald. Seine Urne wurde seinem Wunsch gemäß in der Ostsee-Vortrawe-Münde beigesetzt. Im Berliner Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf gibt es einen Hans-Sönker-Platz. Auszeichnungen 1947. Joachim Gottschalk-Preis für wie es euch gefällt 1960. Goldener Bildschirm 1966. Bambi 1968. Ernennung zum Berliner Staatsschauspieler 1973. Verdienstkreuz I. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 1977. Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 2018. Gerechter unter den Völkern.